Ein Todesfall Zerstrittene Erben Mordverdacht Und mittendrin Inspektor Hu und seine Assistentin Niki Doch nicht nur die zerbrochene Urne unter dem Bett der Toten Sondern auch die Streitereien innerhalb der Familie des Opfers Sowie die Mordmotive der Bediensteten Halten Hu's Ermittlungen auf Trab Während er dabei nur mit verbitterten Fronten und gegenseitigem Hass konfrontiert wird Erwartet ihn zu Hause seine pubertierende Enkelin Die gerade seine ganze Aufmerksamkeit braucht Währenddessen muss Niki sich mit sexistischen Vorwürfen rumschlagen Welche Geheimnisse der Grimmau-Familie kommen noch ans Licht? Haben sie trotz ihrer Vergangenheit die Chance ihren Hass abzulegen? Werden Hu und Niki den Mordfall aufklären können? Oder kommt der Mörder ihnen davon? Wird die Gerechtigkeit siegen? Gibt es in diesem Fall überhaupt Gerechtigkeit? Gerechtigkeit Pinterest Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.